Was geht, ich bin der Irenicke, Alter, ich hopp bei mir auf Twitch vorbei. Gehört, weil ich euch alles rausschneid. Boah, ne Monshow. Oh yeah, Alter, warte, warte, warte. So, wo wolltest du mein? Wie ist die Mähdau? Da. Äh, graue, Mann. Und ne Pistole, Alter. Ach, kannst du dir wohl nichts besseres leisten, was? Nee, ich hab nicht eine Kiste gelootet. Junge, die liegt hier auf dem Boden. Oh, ne blaue Pistole. Upgrades, Digga, upgrades. Nö. Komm her, du. Junge, rennt doch nicht weg. Bussi. Oh, ein Stück. Eliminiert. Ab dich. Ab in den Hintern. Hingerichtet. Bussi. 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 Also ich find, ich find, ich find, tatsache, die normale Schrotflinte zwar auch geil, ja, aber die ist aber auch ein bisschen kacke. Weil wenn du den, wenn du nämlich übelstes Büll-Aim hast. Dragon. Dann bringt dir auch die größte Schrotflinte nix, wenn du nix trippst. Ihr wisst, was ich damals echt vermisse? Äh, wahrscheinlich kennst du die Season nicht, aber die Season mit dem Chrom. Wenn man so richtig lustig deine Freunde damit einzuschneiben. Außerdem hatte ich in dieser Season das dämlichste Video aufgeladen, was ich, was ich, was ich kenne von mir. Kino Energies hast du getrunken? Ähm, ich will jetzt nicht lügen, wenn ich jetzt sage, äh, zwei, aber es waren vier. Wenn du was aufnimmst, dann hast du kein Energy intus, da brauchst du mindestens ne Flasche von Vodka für. Können wir darüber reden, ich hab da eigentlich nur mit einer Pistole reingehalten. Wo? Hier in den Gegnern. Die hier waren. Hier waren fünf oder sechs Gegner. Ach so, ist der Hinter. Ich bin der Welt bester Autofahrer, Alter. Ich bin der Welt bester Autofahrer, Alter. Nö. 105er. Ach, warte. 12er Hit, 13er Hit, 30er Hit. Ach, Leute. Nein! Ja! Da hinten sind auch noch welche. Alter, wollen die mich verarschen? Alter, was? Kommen jetzt etwa alle Gegner zu uns, oder was? Nee, lass mal. Einmal geladet. Nochmal. Ich muss jetzt aber langsam in deine Richtung kommen, denn so langsam verschwinden sie aus meinem Sichtfeld. Alles gut. Er wollte mich auch gerade hier. Komm her, du! Einmal nochmal geladet. Platz nochmal. Zwei Leute, Tankstelle. Aber diesmal haben wir High Ground. Ich hab einen. Einer hier oben auf dem Dach. Nope. Ja, wir sind mit dem Aschen. 110er. Ich geh pushen, Alter. Ja, ich komm mit. Weiter auf mich. Wenn der nicht allein rein. Der ist offen. Nein! Hast du den? Nee, ich geh jetzt ab. Komplett pushen, Alter. Ja. Oh mein Gott. Nein! Das wären die letzten gewesen. 34 AP! Ei! iuuuu! Geht GREAT! 56 MThe Nope! Und tanzen in wilden Landen Der Demo des Wahnsinns Er hat die Macht Jede Minute ist wie eine Nacht